Ich bin nicht oft durcheinander, aber manchmal schon. Das ist hier wie ein falscher Hintergrund, vor dem ich stehe. Oder er ist echt und ich bin aus einem anderen Foto reinkopiert worden. Sie macht mich wahnsinnig mit ihrer Vorsicht. Hast du an die Krankenversicherung gedacht? Wie machst du das denn mit dem Bargeld? Hast du eine kleine Klamotten eingehört? Nur zwei Jahre. Höchstens drei. Ihr tut so, als würde ich für immer gehen. Ich sorge mich doch um dich. Kannst du dich vielleicht um wen anderes sorgen? Um deine Pflanzen zum Beispiel? Die sind doch schon alle tot. Eben. Spinnst du sie gegen mich aus? Sie hat mich gefragt, falls du mir nicht antwortest. Ich mache aber auch. Doch, ihr sagt einfach irgendetwas, um mir wehzutun. Kann mir jetzt hier jemand erklären, wie man eine Küche kosche hält? Ich habe keine Lust, dass jemand in die Hölle kommt, weil ich seine Teller vertauscht habe. Hast du Angst, dass ich kröme eine Frau heirate? Erdbeben-Hurricane-Sex mit Mädchen. Nee, nur noch eine Heuschrecken-Sage. Ja, genau. Sie lebt.